hey leute schön dass ihr wieder eingeschaltet habt heute will ich was tolles zeigen ich war letztens hier in feldberg noch mal spazieren und habt aber zufällig entdeckt das sollte ich nicht voranhalten ist der knüller erstmal so weit weg und findet sowas einfach viel spaß beim video ja und da ist es das habe ich letztens entdeckt ein schönes shelter ich denke mal dass es hier irgendwelche kinder gebastelt haben aber ist grandios von der seite kaum zu entdecken richtig geil sieht man von der seite noch mal richtig krass hier kann man jetzt auch mal die bauweise noch mal sehen die haben einfach ein hauptbalken gegen ein oben rüber andere seite das gleiche spiel und dann eben gegengestellt von einer seite mit moos beste beispiel geil mit feuerstelle sogar aber vorher hatte noch keiner gemacht er ist krass das bietet sich hervorragend an hier das muss ich ausnutzen ich werde mir also hier mal ein tee kochen so 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 Das war's für heute. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020